Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Bildung Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kulturelle Vielfalt sollte in der Bildung gefördert werden. Kulturelle Vielfalt sollte in der Bildung gefördert werden. Kulturelle Vielfalt sollte in der Bildung gefördert werden. Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Bildung ist der Schlüssel zur Überwindung von Armut. Wie können digitale Lernplattformen die Bildung verbessern? Wie können digitale Lernplattformen die Bildung verbessern? Inklusive Bildung ermöglicht Teilhabe für alle Schüler. Inklusive Bildung ermöglicht Teilhabe für alle Schüler. Inklusive Bildung ermöglicht Teilhabe für alle Schüler. Gesundheitserziehung sollte integraler Bestandteil der Bildung sein. Gesundheitserziehung sollte integraler Bestandteil der Bildung sein. Gesundheitserziehung sollte integraler Bestandteil der Bildung sein. Bildung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung bei. Bildung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung bei. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Bildung trägt zur Persönlichkeitsentwicklung. Wenn es dein Kurdes gibt, könnt ihr bitte ein départs Points Tails